Conny, zunächst einmal gratuliere. Die dritte Bronzemedaille im dritten Wettbewerb für Österreich. Ich glaube, vor dieser Weltmeisterschaft hätten die wenigsten daran gedacht. Für dich persönlich, glaube ich, auch ein tolles Erlebnis, nachdem du 2015 zuletzt bei einer WM dabei warst. Wie groß war der Stein, der dir vom Herzen gefallen ist? Ja, es ist natürlich unglaublich, heute den Tag so zu beenden mit der Medaille um. Also es ist wirklich schön. Und ja, die letzten Rennen, es ist immer auf und ab gegangen. Auch bei mir persönlich, beim Team und bei den Technikerinnen. Es ist einfach so turbulent zugegangen. Und ich glaube, das ist die richtige Antwort, was wir in den letzten Tagen gegeben haben können. Wenn man mit der Startnummer 6 ins Ziel kommt, muss man wahrscheinlich noch sehr lange warten und zittern. Dann bist du ex-Eco mit einer Norwegerin auch noch auf diesem Platz. Wie ist es dir emotional ergangen? Ja, ich war eigentlich den ganzen Tag zum Rennen hin überhaupt nicht nervös und habe beim Start auch gewusst, ich muss meinen Plan durchziehen und ich habe echt einen Plan gehabt. Und ich war da vorhin im Tunnel und war fokussieren und dann unten im Ziel. Da hat es mir die ganzen Nerven geschmissen. Also da ist nachher alles mit mir drunter und drüber gegangen. Und ich habe mir echt gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Und es ist wirklich emotional sehr schlimm. Aber Gott sei Dank ist es eben ins Gute ausgegangen und hat es eben gereicht. Speziell bei der Alice Robinson hätte noch vieles schief gehen können. Wie waren die letzten Fahrsekunden von ihr? Für dich? Ja, sie hat eben die Nummer 30 gehabt und bei Nummer 30 hat sie einen Leader Shot und dann habe ich gesagt, okay, stopp, aus, wir schauen jetzt alle auf, weil der ist richtig schnell. Und sie war bis zum Schluss eben voll schnell und hat beim drittverletzten Tag noch ein bisschen einen Fehler gemacht. Und ja, das Kick war heute sicher auf meiner Seite. Aber es hat auch extrem viele Rennen gegeben, die nicht auf meiner Seite sind. Also das ist einfach im Rennsport so und der schreibt einfach, der spart die Geschichten. Und ich glaube, das macht es auch richtig cool, dass wir da bis zum Schluss eben so ein spannendes Rennen gesehen haben. Ich glaube, speziell für die Damen ist das ein Balsam für die Seele nach dieser sehr, sehr turbulenten Saison. Speziell bei den Technikern, inwiefern ist das auch ein wichtiges Zeichen jetzt zu Beginn dieser Weltmeisterschaft, dass man vielleicht auch noch weitere Medaillen sammeln wird? Ja, das ist die beste Antwort natürlich. Man kann immer viel um und um reden und jeder fragt einen und man kann es auch schön reden. Aber wir haben gewusst, wenn es nicht so läuft oder die letzten Rennen, wo es auch nicht so gegangen ist, das muss man individuell betrachten. Man kann halt die ganze Mannschaft jetzt da in ein schwarzes Loch schmeißen und sagen, alles ist in der Krise. Also das haben wir nicht gelten lassen und das haben wir auch gewusst, dass wir in gewisse Passagen im Schnee sind, aber wir haben es einfach noch runterbringen müssen. Und ja, heute habe ich es Gott sei Dank runtergebracht und es ist nicht selbstverständlich und es muss passen. Aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, das ist die perfekte Antwort. Abschließend vielleicht noch auf deinen Social Media Kanal zu sprechen zu kommen. Da hat man gesehen, du mit einer norwegischen Kollegin, ihr habt euch diesen dritten Platz sehr gerne geteilt. Am Ende wäre es doch wahrscheinlich wurscht gewesen, wer neben dir steht, aber habt ihr eine spezielle Beziehung zueinander? Mir hat es heute viel getaugt für die Kaiser. Sie hat die letzten zwei Jahre auch richtig hart gekämpft, dass sie wieder zurückgekommen ist und war vor der Verletzung wirklich auch an der Weltspitze. Und es war nicht einfach und ich weiß, was sie durchgemacht hat und es ist keine schöne Zeit. Und sie hat zu mir gesagt, we are living our dream und da habe ich gesagt, ja, wir haben Spaß und es taugt uns. Und ich glaube, wenn du durch solche Zeiten gehst, dann kannst du den Moment natürlich umso mehr genießen, was dann selbstverständlich ist. Es geht los. Es geht los. Es geht los.